jo liebe leute herzlich willkommen zu der spiel dort 4 wir machen heute mal da mit dem nächsten teil hier und wir sind weiterhin in spaniin zu gast mit der rallye ja nach dem nicht ganz so sicheren auftritt gestern zumindest am anfang zum ende geht es heute weiter mit 16,25 kilometer also diesmal einen kilometer länger als das was war gestern nochmals im abschluss gesehen haben heute ist dienstag wir machen heute weiter haben wie gesagt mit dem nächsten teil aus sparen jetzt ist die quasi dritte rallye überhaupt und wir wollen hier ja heute noch mal guten eindruck liefern es wird definitiv alles anders einfach werden das kann ich jetzt schon mal so vorher sagen aber jetzt muss er jetzt mal kein ding gesehen geladen so So, Die Karre Qualb, hört auf zu rauchen beim Reparieren, Leute. Weiter geht's. Heute scheint alles nach klar zu laufen. Elf Minuten zwölf, gibt er uns vor. Waren wir nicht immer bei elf Minuten dreißig oder so? 3,15. Ja, das zeigt ja wahrscheinlich einfach die gleiche wie gestern auch der Abschluss. Let's go. Jetzt war mir fast klar, dass ich die Karre doch noch überschlaue. Weißt du, ich überschlage meinst du? Okay, ich krieg vier Sekunden dafür. Na ja, Zeit, ich geloog doch. Rechts fünf, links fünf, 60. Links vier. In rechts zwei, macht Aufladen. In links vier, über 50. Links vier, über 50. Rechts eins. In rechts zwei. In links vier. Links drei. In rechts drei, lang, macht Auf, macht zu. In links eins. Nicht schneiden, 150. Links vier. Rechts sechs. Kuppel. Rechts zwei. Nicht schneiden, offene Kehre. Links, lang, 60. Rechts sechs, 80. Rechts vier. Ja, aber schon zwei Sekunden zurück. In links fünf, lang, macht Zug, drei. In rechts vier, 60. Rechts vier. In offene Kehre, links. In rechts eins, lang. In links sechs. In rechts drei, über Kuppel. In Kehre, links. In rechts vier, über 50. In offene Kehre, rechts. In links vier, lang, 80. Links sechs, 40. Rechts drei, durch Senke, nicht schneiden. Links sechs, über 50. Rechts eins, durch Senke. In links vier. Links drei, in rechts drei, lang, macht Auf, macht Auf. Da ist es nicht einfach hier gerade, gerade weil es so eng ist. In links eins, nicht schneiden, 80. Rechts sechs, in links eins, lang. Offene Kehre, rechts. In links vier, 60. Rechts vier. In links eins, durch Senke. Rechts sechs, über Kuppel. Links drei, durch Senke, 40. Nicht schneiden, drüber rechts, sechs, 60. Rechts vier. In offene Kehre, links. In rechts eins, lang. In links, sechs. Links drei. In rechts drei, lang, macht Auf, macht Zu. In links drei. Da haben wir keine Vorstellung, 16,3 Sekunden. Links vier, durch Senke. In rechts eins, über Kuppel. Links drei, 60. Links fünf. In links drei. In rechts eins, in rechts zwei. In links eins, rechts fünf. da war der weg 6 so wie zu dieser große auch nicht hin links 6 links 3 6 6, in rechts, 1, Fülle, in links, 2, in links, 1, rechts, 3, in rechts, 5, 60, rechts, 6, in links, 4, Fälle, in rechts, 3, in links, 5, links, 5, in links, 3, in rechts, 1, in rechts, 2, in rechts, 1, rechts, 4, in links, 5, Langbach, Zug, 3, in rechts, 4, 60, links, 4, durch Segel, in rechts, 1, links, 3, 80, links, 4, über, Rübe, 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 Rü In links 4 Rechts 6 In links 4 In rechts 3 In links 5 Rechts 2 Offenkehre links lang 60 steil aus Rechts 6 80 Links 6 40 Rechts 3 Rechts 6 Links 6 Rechts 1 Durchsäcke In links 4 Links 3 In rechts 3 Lang, mach auf, mach zu Ach, was ist das die Strecken, Alter? Rechts 6 Rechts 6 Überwende Wir haben jetzt schon 6 Minuten Wir haben noch fast die Hälfte erst Aber ich bin froh, dass er danach durchsägt Links 6 Rechts 4 150 Links 4 Links 4 Rechts 6 Überwenden Rechts 6 In links 4 Welle In rechts 3 In links 5 Links 4 Überwenden 80 Rechts 1 In rechts 2 In links 4 Links 4 Durchsäcke In links 5 In links 5 In links 5 Lang, umdekehre rechts In links 5 In links 4 In links 5 Durchsäcke In rechts halbend Überwenden Links 3 60 Links 3 In rechts 3 Lang, mach auf, mach zu Ich sehe, dass er noch mal Der letzte Abschnitt In links 5 In links 5 Nichts schneiden 80 Rechts 3 Links 6 In rechts 4 Durchsäcke 60 Links 6 Überwenden Rechts 4 Links 5 In rechts 3 In links 5 In rechts 1 Durchsäcke In links 5 In links 5 In links 5 Rechts 2 Und verkehre links Lang, 60 Steine aus Rechts 6 18 Links 6 In rechts 4 Lang, mach zu Und Achtung Links 4 Sofort Rechts 3 Überwenden Täuscht Links 3 In rechts 3 Lang, mach auf, mach zu In links 1 Nichts schneiden Links 3 Überwenden In rechts 4 Durchsäcke In links 3 Lang, mach auf In rechts 6 Und Achtung Links 4 Rechts 6 Überwenden Links 4 Durchsäcke In rechts 1 Überwenden Links 3 80 Links 4 Überwenden 80 Rechts 1 In rechts 2 In links 4 60 In rechts 3 Überwenden In kehre links In rechts 4 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 Nichts steigen Links 6 Überwenden Rechts 1 Durchsäcke In links 4 Bitz am Schritt Muss nicht aufpassen Hier Es ist verdammt Engel Aber wir machen es gut Bis ja Schon fast eine Minute Nichts steigen Nichts steigen Nichts steigen Nichts steigen In rechts 4 Durchsäcke In links 3 Lang, mach auf In rechts 6 Wunder Links 4 Rechts 6 Überwenden Links 6 Überwenden Rechts 4 80 Links 5 Bis ziehen So Oh Gott sei Dank Wir haben es geschafft Wir haben die beiden Mega Blöden Geschafft Wir haben immer eine Minute Vorschung Yes Tolles Ergebnis Das war unschlagbar Das teilt es gerade mit Die Zeiten Bestelligt Weiter geht es Bis zum nächsten Mal 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 Jo Dann geht weiter 9 Kilometer Jetzt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal « Vielen Dank. So. Der Turbo ist kaputt. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall ein bisschen schneller, ein bisschen kürzer fahren. 6 Minuten 36, ich habe das gerade als Zwischenzeit vor. Oder als Gesamtziehzeit vor. Und das fängt wieder an zu regnen. Rennen Nummer 5 in Spanien. Das war der letzte Rennen überhaupt. Hier mit 9 Kilometern. Aber das waren ja 7 Kilometer länger, also haben wir jetzt auch nicht weniger zu fahren. Ja. 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 Also, bulbs bons sein, aber auch nah. Ja. Ja. Es kommt zu der Sache. är und dann führen wir noch wenn auch nur knapp 10,8 sekunden ja ich verschlage ich krieg vier sekunden in links 1 durch senke, rechts 6 über runde, links 3 durch senke, 40 runde rechts, 6, 80, links 5, lang in rechts 1, sofort 90 grad rechts in links 6, in links 4 runter, in rechts 3 über runde ja Thema, die Strecke ist hier schon nicht anders, ey hab's aber mal 10 sekunden, mittlerweile sind wir auch nicht mittlerweile bin ich froh, wenn ich gerade so noch ein Ziel kriege im Regen ist es nicht einfach zu fahren gut, dass ich immer einen zweiten Draht habe, ich glaube, wir können wahrscheinlich dann auch wieder in den Servicebereich den links 3 über runde, messen Sie jetzt aber erst weiter mit leben den rechts 3, kehre links, den rechts 6, links 6, den rechts 6, den rechts 6 oder so ich weiß dass wir als mega verloren haben 30 sekunden verloren Wollong Sie müssen sich jetzt recht dran arbeiten. Ja, im Regen ist es nicht einfach. Definitiv nicht. Wir sind üblich am Rutschen. Aber das Ding noch gewinnen, weiß ich nicht. Aber wir versuchen es natürlich. Ich kann es nicht zwischenzeit lang 15 Sekunden locken. Ich hatte gehofft, das war so ein Gewinner, aber es war mir irgendwie klar, dass wir doch mal der Strecke fliegen müssen. Thema ist gegessen. Das ist auf jeden Fall. Naja. Leider wird das nicht, das wird schlechtes Ergebnis werden. Platz 4. Mehr war leider nicht drin. Na gut, ich den Reifen wechseln, sonst haben wir nämlich die 15 Vorsprung. Wir haben 30 Sekunden verloren, wenn ich den Reifen wechsel. Wir sind fertig. Die Zeit und die Platzierung wurden aufgezeichnet. So. jetzt rennen wir können unser auto noch mal kurz reparieren noch mal frisch machen für das letzte rennen heute da können wir die dvp hoffentlich gibt es keine probleme auf der strecke noch hoffentlich nicht das ist das immer gut macht was für 33 gibt uns als vorgabezeit jetzt rennen heute und für spanien 4 durch senken 60 rechts 1 ist noch aus welts dran in rechts 3 rechts 4 in links 2 durch senken in links 1 80 rechts 4 überpuppern links 3 überpuppern in rechts 4 durch senken in links 3 lang macht auf in rechts 6 links 3 in rechts 3 lang macht auf macht zu in links 1 links 6 überpuppern rechts 4 80 links 5 rechts 5 links 5 60 links 4 durch senken links 3 rechts 4 links 4 links 4 ja diese schild rechts habe ich heute straßen schildfels links 3 in rechts sechs 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 links sechs den rechts vier durchsäckung links dazu müsste das eigentlich locker für die gesamte führung reichen es war klar dass wir verlieren weil mich als straße schön hängen geblieben sind da sind wir fast schon mal 4,1 sekunden immer noch links Links 3, überwunden. In rechts 4, Durchsäcke. In links 3, Langfahrt auf. In rechts 6. Links 6, überwunden. Rechts 4, 60. Links 5. In links 3. In rechts 1. In rechts 2. In links 1. Rechts 5. In links 3. In rechts 4. In links 6. Links 4, Durchsäcke. In rechts 1, überwunden. Links 3, 60. Links 6, überwunden. Links 4, rechts 4. Links 3, überwunden. In rechts 4, Durchsäcke. In links 3, Langfahrt auf. In rechts 6. Rechts 6. Links 6, in kehren rechts. In links 3, 60. Für eine Leitwacke langs Leiden. In kehren links. In rechts 4, überwunden. In links 4, überwunden. In rechts 3. In links 4, überwunden. In rechts 3. Kehren links. In rechts 6. Links 6, 80. Rechts 6, in links 1, Lang. In links 3, überwunden. In links 3, überwunden. In links 3, überwunden. In rechts 4, Durchsäcke. In links 3, Langfahrt auf. In rechts 6, 60. Rechts 4, lang. In links 4, überwunden. In rechts 4, überwunden. In rechts 4, deafwunden. In links 4, überwunden. In links 3, überwunden. In rechts 6, rechts 5, Lang. und da ist Spanien gewesen wir haben zwischendurch ein bisschen verloren wo ich am Schrauschen stehen geblieben bin aber haben wir dann mit 18 Sekunden Vorsprung gerockt wir haben sie durch Spanien abgearbeitet tolles Ergebnis das war unschlagbar so, das Ergebnis wird hochgeladen das dauert wahrscheinlich jetzt wieder einen kleinen Moment ja, passt gut wie haben wir denn Vorsprung insgesamt zwei Minuten fast über zwei Minuten gut, das war das Thema Spanien so das reicht für den nächsten Level ab 49 und wir sind Veteran so und in Australien sehen wir uns dann tatsächlich nicht spät, in Australien ist es sehen wir uns dann ab morgen wieder um ja 14 Uhr bis dahin oder für das ist tschüss bei der Spanien 4 4